Norbert, Norbert, du könntest so viel sein, so viele Talente hast nur du allein. Norbert, Norbert, wozu du fehlt bist? Du wirst dich noch wundern, was alles möglich ist. Bei der Berufswahl denk daran, ein Bursche wie du, was der noch werden kann. Katzen, Sitter, Kammerjäger, Zuckerbäcker, Kartenleger, ÖBB-Stationsvorstand, Brokkurist im Teppichland. Märchen, Onkel, Midi, Heider, Vogelscheuche, Dönerschneider, Shopping-City, Nicolo, Häselmann am Bahnhofsklo. Ja, da wärst du in deinem Element, aber was willst du werden, Bundespräsident? Norbert, Norbert, siehst doch endlich ein, ein Bursche wie du, der könnte so viel sein. Reiseleiter, Kürzenschlucker, Augenzeuge, Tschüchterdrucker, Nachtbordier im Skihotel, Bootsräum, Geheimvordell, Spätenkeller, Schnitzelzester, Pinkerfelder Schweinemäster, Tierdoktor im Zirkusknie, Chef von Scientology, irgendwer, den keine Seele kennt. Aber was willst du werden, Bundespräsident? Norbert, Norbert, siehst doch endlich ein, ein Bursche wie du, der könnte so viel sein. Straßenkerker, Fahrschulehrer, Bücherhalter, Briefbeschwerer, Biestendröter auf der Streif, Spitzenmann bei Körperleif, Friedhofsgärtner, Leichengräber, Kleiderstände, Wagenheber, Wurschenbratter, Watschenmann, Schafner in der Zwergerlbahn, Fahrt finden der Führer, Obermännungsbrand, Dachsler, Spechtler, Wurfthautfabrikant. Autohändler, Hausverwalter, alles Schneider, Handtuchhalter, Gummisauger, Blitzerbleiter, Aschenbecher, Eurofighter, ja, für all das Hassentalent. Aber Norbert, 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 nicht als Bundespräsident.